Kürzlich ist eine Person mit folgenden Fragen zu unserer Bildungsberatung gekommen. Ich bin eine Fachfrau Gesundheit EFZ und möchte gerne ins KV wechseln. Wie muss ich da vorgehen? Wir verstehen das als Quereinsteig. Das heisst, man möchte in ein ganz anderes Gebiet wechseln, wo man noch keine spezifische Ausbildung oder Berufserfahrung gesammelt hat. Bei so einem Quereinsteig stellt sich die Herausforderung, wie kann ich Fuss fassen im neuen Beruf? Dazu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder über eine Stelle bzw. einen Job oder über eine Ausbildung. Im Fall Quereinsteig-KV bzw. KV für Quereinsteiger ist der Weg über eine Ausbildung sinnvoll. Und zwar mit einem Besuch einer Handelsschule und einem Erwerb des Handelsdiplom. Nachher muss eine Praktikumsstelle oder ein Job gesucht werden. Mit gesammelter Berufserfahrung kann man dann zum QV antreten und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis erwerben. Das ist wichtig, um sich langfristig vom Arbeitswert behaupten zu können. Ausserdem öffnet den EFZ Türen zu Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auf der Stufe der höheren Berufsbildung. Mehr Informationen zum Handelsdiplom und den passenden Lehrgängen und Schulen findest du bei uns auf www.ausbildungweiterbildung.ch. Das Schweizer Bildungsportal.